Je näher sie der Insel kamen, desto deutlicher konnten sie üppige Wälder und sattgrüne Berghänge erkennen, die zu Meer hin abfielen. Einst hatte hier ein Stamm gelebt, der zum Volke der Guarani gehörte und sich von der Jagd und dem Fischfang ernährte. Doch mit der Ankunft der europäischen Eroberer im 16. und portugiesischer Siedler im 17. Jahrhundert hatte eingesetzt, was in den Lockbüchern kaum Erwähnung findet, aber ein elementarer Bestandteil des Imperialismus ist. Die Ausrottung der Einheimischen durch Krankheiten und Verfolgung. Die Insel wurde von Kriminellen überrannt, die laut Pesco Thomas, dem Ausbilder, aus anderen Regionen Brasiliens geflohen waren und sich hier vor der Justiz in Sicherheit brachten. Das Geschwader ankerte in einer geschützten Bucht und Anson ließ die Kranken, es waren unterdessen einige Hundert, umgehend an Land bringen. Wer sich gesund genug dafür fühlte, beteiligte sich an der Errichtung eines Lagers auf einer Lichtung und baute aus alten Segeln Zelte, die sich im Wind blähten. Während sich die Ärzte und deren Helfer um ihre Patienten kümmerten, machten Barkley, Byron und einige weitere Männer Jagd auf Affen, Wildschweine und ein Tier, das Leutnant Philip Saumaris als einen höchst ungewöhnlichen Vogel beschrieb, der Tukan genannt wird. Das Gefieder ist rot und gelb, der lange Schnabel erinnert an den Panzer einer Schildkröte. Die Männer entdeckten auch eine Vielzahl an Heilpflanzen. Man kommt sich vor wie in einer Apotheke, schrieb der Leutnant verwundert. Die Krankheit weigerte sich weiterhin, ihren Griff zu lockern, und so starben allein auf der Insel mindestens 80 Männer und Jugendliche, die in sandigen Gräbern bestattet wurden. In einem Bericht an die Admiralität gab Anson an, dass seit der Abfahrt des Geschwaders aus England 160 der ursprünglich 2000 Köpfe zählenden Besatzung gestorben waren. Und noch hatte der gefährlichste Teil der Reise nicht einmal begonnen. Barkley verbrachte Weihnachten auf Santa Catarina. Weil an diesem Tag drei Tote zu beklagen waren, lag jedoch ein dunkler Schatten auf dem Fest, das so kümmerlich ausfiel, dass keiner der Männer es in seinen Aufzeichnungen erwähnt. Am nächsten Tag widmeten sie sich wieder ihrer Arbeit. Vorräte auffüllen, Masten und Segel reparieren, die Decks mit Essig schrubben, um sie zu desinfizieren. In den Schiffen wurde Holzkohle angezündet, um die Kakerlaken und Ratten auszuräuchern, die sich nach Lust und Laune ausbreiteten. Eine Arbeit, die laut Pascoe Thomas dringend gemacht werden musste, weil die Tiere extrem lästig waren. Am 18. Januar 1741 lichtete das Geschwader im Morgengrauen die Anker und nahm Kurs auf Kap Horn. Es dauerte nicht lange, da wurden die Männer von schweren Sturmböen erfasst, die ihnen die Sicht raubten. Vorboten des Wetters, das sie an der Südspitze Amerikas erwartete. Auf der Trial mühten sich acht junge Männer, die Segel zu reffen, als der Mast brach und sie ins Meer katapultiert wurden. Laut Milchamp konnten sieben gerettet werden, allerdings schrecklich zugerichtet und schwer verletzt. Der achte Mann hatte sich im Gewirr der Takellage verfangen und war ertrunken. Als sich der Sturm gelegt hatte, fiel Barkley auf, dass die von Dan die Kitt befehligte Pearl nirgends zu sehen war. »Wir haben sie aus den Augen verloren«, notierte er in sein Seetagebuch. Tagelang suchten er und seine Kameraden den Horizont ab, aber die Pearl blieb mitsamt ihrer Besatzung verschwunden. Nach einem knappen Monat mussten sie allmählich vom Schlimmsten ausgehen. Doch am 17. Februar entdeckte der Ausguck zwischen den Wolken die Masten des Schiffes. Anson schickte ihr die Gloster hinterher, aber die Pearl nahm Reiß aus, als fürchtete sich die Besatzung vor dem anderen Schiff. Schließlich gelang es der Gloster, die Pearl einzuholen, deren Offiziere eine plausible Erklärung für ihr Verhalten hatten. Einige Tage zuvor, als sie eigentlich auf der Suche nach ihrem Geschwader waren, hatten sie fünf Kriegsschiffe ausgemacht, von denen eines einen großen roten Stander führte. Daraus schlossen sie, dass es sich um das Flaggschiff mit Anson an Bord handelte. Erleichtert waren sie dem Pulk entgegengefahren. Doch als die Mannschaft schon die Barkasse zu Wasser bringen wollte, um eine Abordnung zu Anson zu bringen, fiel einem Besatzungsmitglied auf, dass der Stander merkwürdig aussah. Vor ihnen lag nicht Ansons Geschwader, sondern die spanische Armada unter dem Kommando von Pizarro, der eine Kopie von Ansons Stander gesetzt hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endesons Gilles